moin leute was geht mein name ist youtube gamescom auf der playstation 3 und willkommen zu meinem ersten ja let's play von der slenderman reihe mit meinem knast oder sag mal hallo hatte ich vielleicht gar nicht genau so wir spielen das ist das mal 100 prozent bleibt 100 prozent anker und mein knast oder wird steuern so created by max dean and ray borgers ausländisch das kann ich überhaupt nicht elementary was heißt das eigentlich schule oder französisch leute ja lol tx das reicht eigentlich schon so los geht's wir müssen jetzt hier was sind nach teddies glaube ich hier so vielleicht die auch ein bisschen krass spaß also das länder man ist jetzt am anfang natürlich noch ein bisschen gechillt drauf würde ich sagen was ist das das ist was seine maus geht gerade nicht aus geht wieder jetzt geht es los wieder ja ich sehe auch gerade das ist voll die hand digga was ist das links war mal schwenken darüber links 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 andere richtung wo scheiße was jetzt passiert ja die bierer zerritten warum was ich bin jetzt keine ahnung wieder ja ich bin ja eigentlich noch playstation 3 bis ja aber jetzt bin ich irgendwie auf pc trip natürlich weiter bis 13 aber 6 irgendwas ich glaube das englisch irgendwelche ja man das da kommt wieder schulgefühle hoch habe ich überhaupt keine lust das kommen wir mal wollen wo so ein pedo bär sehen können wir da rein haben wir haben wir 1 von 8 wunderschön und wunderbar jetzt gucken wir mal jetzt ist natürlich länder wenn ein bisschen habe ich dann jetzt mal ein bisschen gereizt seine teddy bärn klauen aber jetzt ja mann mann jetzt kommt ihr ich war das ist so also ich hab so schieß jetzt ihr hört den sound hier richtig laut ich habe ansonsten ok jetzt haben wir hier schon zweite ne wie viel zwei jahr zwei teddy bärs das muss man aufpassen wo das länder man wir haben schon mal gesagt da war das länder man genau hier ja da muss aufpassen kann man auch irgendwie rennen oder so ja das bringt dann auch nicht kommen wir gehen mal auf dem schulhof vielleicht vielleicht ist da irgendwo da ist ja irgendwo muss hier ein teddy bär sein ja oh mein gott da ist länder mann ihr schweine steck hier alter habt ihr den habt ihr das monster gesehen leider der kleider städter alter an normaler mein herz allein ist auch dass ich mich nur von mcdonald's an her und hier kein sport am tag treiben ach man herzverfaltung nicht weil so am spiel muss aufpassen auch bei leute die ein bisschen ja schwachen herren haben muss aufpassen halt das sehr realistisch die grafik ist sehr geil gemacht von den entwicklern da war noch mal peter bär peter bär nummer ruf hier leute schaffen wir acht teddies das wäre hammer das ist böse natürlich nicht überall lenken teddy das war es ja ein bisschen chillig ich glaube hier ein bisschen ich höre irgendwie das ist doch voll die weibliche stimme irgendwie das ist zum ersten mal wo man jetzt also das länder hat uns noch nicht erwischt und jetzt muss aufpassen hat luka du musst aufpassen scheiße alle aus ist das das ist es ist ja wenn die wixer auch schon richtig alter scheiß die reiose digger die große ich gehe gleich noch die sauna mann alter der kriegt ja voll schiss man leute also das länder meine selbst nichts für schwache gesündel Äh, 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 Schichten, äh, äh, Zocker. Ah! Ah! Oh Gott! Ah, krieg ich hier. Ja, fast geharrt, dass er da ist. Ja, Rala, Ferio. Rala, Ferio. Okay, pass auf. Pass auf, um umdrehen. Ah! Ah! Sender Man! Oh Gott! Oh Gott, renn raus, renn raus, renn raus, renn raus. Wie, wie konnte er das? Hallo, warum ist das so schnell? Oh Gott, da ist er. Oh, ab, du musst abhauen, du musst abhauen vom Sender Man. Ja, irgendwie nicht jetzt. Ja, ich will schon gar nicht aufhauen, muss. Du steuerst, nicht ich? Ich bin nur mehr montieren. Okay, wie viele haben wir jetzt? Sechs. Jetzt brauchen wir noch zwei Teddys. Ich muss direkt in die Augen schauen. Muss aufpassen, einfach nicht ignorieren, nicht in die Augen schauen. Nein, wie ist es, gucken? Da auch drüben mal da. Sechs noch Teddys. Ach du scheiße, wie glaubst du, glaubst du nicht, Digga? Sieben Teddys. Ja, komm, ist mir jetzt erstmal egal. Hier geht's hier ums Nacht überleben. Ich will die erleben. Ich will überleben. Ein Teddybär, wo ist der bloß? Oh, der letzte Teddy ist immer der schwierigste. Das war das Let's Play von Slenderman. Und euren... Oh, YouTube Gamescom kann er mich auch nennen. Hallo, Juhu. Das war das Let's Play von Slenderman. Und das war das Let's Play von Slenderman.